Da muss ich mal eben ans Telefon und dann werde ich hier mal weiter aufräumen. Und dann werde ich hier mal wieder aufräumen. 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 Dann mache ich hier mal wieder aufräumen. Dann mache ich das auch gleich ab. Dann mache ich hier mal wieder aufräumen. 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 Dann mache ich hier mal wieder aufräume. Dann mache ich hier mal wieder aufräumen. Dann mache ich hier mal wieder aufräumen mit der Zeit locker um, jetzt mache ich hier mal wieder aufräumen. kleider einmal mein akku schon wieder alle ja die beiden kleider einmal um ich möchte es einmal auf Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, das reicht. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist so klein, ich sehe das mit meiner Brille nicht. Scheiße. In Deutschland muss ich mir die unbedingt mal wieder sehstärker machen, meine Brille. Ich sehe hier gar nichts. Ich steche jetzt einfach so ins Blinde. Ich kann den Stoff nicht von der Naht unterscheiden, leider. Ich sehe hier. Jetzt. Noch ein bisschen. Ich muss mich natürlich wieder vernähen hier, aber ich ziehe das Kleid sowieso ganz selten an. Ich glaube, das ist jetzt auch egal. Ich sehe das. 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 Ich sehe das.